Es ist endlich Spargelsaison. Überall gibt es jetzt das gesunde Gemüse zu kaufen. Und die Deutschen lieben ihn. Egal, ob als Salat, Suppe oder klassisch mit Kartoffeln. Wenn dann nur nicht dieser beißende Geruch beim Toilettengang wäre. Aber woher kommt der eigentlich? Schuld an dem Geruch ist die Spargelsäure Asparagin. Ein Enzym spaltet sie in stark riechende Schwefelverbindungen. Diese werden mit dem Urin ausgeschieden. Ungerecht ist, das passiert nicht jedem. Etwa 40% fehlt das Enzym. Sie pinkeln geruchsfrei nach dem Spargelessen. Alle anderen können leider nichts machen. Außer reichlich trinken. Das unterdrückt zwar nicht den Geruch, spült die Schwefelsäure aber schneller aus dem Körper. Das unterdrückt die Schwefelsäure.